hallo hier ist der martin von meinem ankees das ist die dax-analyse für nun dienstag den 11.10.2022 und soviel brauchen kann zwischen schrägern unser dax hat mit seinem funkspruch nach houston neue koordinaten bekommen hat noch mal frei gekriegt bisschen treibstoff freizugeben wurde gesagt da ist noch reserve kannst du mal draufdrücken junge und das hat er direkt getan wieder ein bisschen nach oben gearbeitet letztendlich wir haben es gestern exakt so durchgesprochen wenn er abwärts gelb auf 1.50 macht direkt los sich drüber schiebt würde ich eher lang suchen weil er sich dann weiter hochdrücken kann bis in die 400 rein und 450 also exakt 150 geworden die eröffnung wir haben den gap plus gekriegt wir sind in die 400 ran gelaufen haben einen rücklauf gemacht auch der passen sich meine gute 20 punkte unten unterrissen passt aber trotzdem ganz gut rein von daher vom verlauf eigentlich sehr schön hat er brav gemacht hat er gute analyse aufgepasst der dax muss man auch mal loben jetzt wird es interessant weil wir natürlich wenn wir hier eine trenddiener aus der bewegung ziehen die hier ja wirklich am schlag dran ist das heißt alles was jetzt hier schon über drei sag mal drei muss ich kurz gucken ja über 3 65 370 drüber geht wird es schon einem abwärtstrend bruch seit der bewegung von 12 6 65 gleich kommen das heißt geschafft dass der dax über 3 65 370 zum dienstag hat er durchaus potenzial auch noch weiter hoch zu kommen ja auch ein gutes stück noch mal weiter hoch gekommen wir hatten auch schon mal drüber gesprochen dass es sich auch an so einer bewegung orientieren kann gelingt es ihm drüber zu drücken über 3 65 wieder zu drücken über 400 wäre dann die 450 noch mal dran das ist auch wieder so eine wichtige wir hatten ja auch gesagt dass 400 eigentlich ein short mark ist 450 ist auch so eine short mark das heißt der markt wird wahrscheinlich erst mal deutlicher reagieren und dann ist wichtig wie reagiert er wie kommt er runter die 400 muss ich sagen hatte gut pfeffer drin der hätte so wie die amerikaner da losgedrückt haben 15 30 auch durchaus tiefer kommen können hat er aber nicht hat sich und wie fangen auf die 250 aufgedreht wir hatten auch im letzten update bei uns geschrieben also die rücklaufziele erreicht wenn er sich jetzt stabilisiert geht er wieder hoch auf 3 50 und dort zur seite aus dem handel raus genau das hat er getan also der mittwoch sehr sehr technisch sage ich mal auf auf form gewesen und jetzt kommt es wirklich darauf an was macht der dienstag jetzt ja geht er jetzt hier drüber über 3 65 370 noch mal dann geht es rein in die 450 das ist noch mal so eine kleine entscheidungszone dann stößt er sich aus dem bereich um 450 bis ich sag mal im weitesten 470 aber wirklich die 450 ist mir wichtig schlüsse sich dort noch mal nach unten weg wieder so deutlich wie das jetzt auch am montag hier oben der fall gewesen ist kann ich mir vorstellen dass dann tiefer ziehen das auch durchaus noch mal probieren unter der 250 270 zu attackieren und wenn denen das gelingt dann von da oben kommt entschuldigung von da oben kommt wieder da unten drunter zu drücken dann geht er wahrscheinlich auch noch auf ein neues tief und dann wird er wieder diese diese lange strecke hier ins gedächtnis kriegen und dann kann da schnell auch mal so druck aufkommen wie wie wir hier in dieser einen kerze hier drin haben also der wird sich dann schnell daran erinnern weil er ist noch immer so in der in der findungsphase was laufe ich jetzt ab ja orientiere ich mich jetzt an der aufwärtswelle und schiebe einfach nach oben eine rein richtung 13 1 90 30 200 ja oder füge ich mich jetzt hier diese abwärtswelle die noch kommt und und presse das runter und das sieht man das wird man jetzt sehen an den nächsten hoch wie kommen die nächsten hoch wenn das nächste hoch bei 450 einfach nur auf die fresse und nach unten dann schwindet seine chance enorm dass er so was hier noch mal nach oben rausgetreten kriegt und die wahrscheinlichkeit dass er diese diese abwärts bewegt diese grüne kästchen ausformt der hat ja da unheimlich viel zeit noch wir hätten ja gesagt bis ende oktober oder vorletzte ende vorletzte oktober woche er hätte ja noch zeit in die dann wieder rein zu gehen das 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 erkennt man jetzt an den hoch und tief folgen die sich jetzt ausbilden ja das heißt kriegen wir hier ein hoch was direkt abverkauft wird ein flaches höheres hoch auf das dann wieder ein tieferes tief folgt dann ist das trendfortsetzung in richtung hier unten ziel steigt aber schön dynamisch durch und macht auch so eine 450 einfach kalt und springt da gerade durch und ignoriert die einfach läuft bis 500 oder sowas dann würde das er dann dem hier in die karten sprechen das heißt ich würde dann vielleicht wir haben wir wir haben ja gestern klar gesagt wenn 1 50 und abwärts geht würde ich long suchen dann würde ich long vielleicht sogar noch verstärken aber auf jeden fall short dann reduzieren wenn er mir jetzt 450 nur nach unten wegpatscht dann sollte man longs stop loss nachziehen und gegebenenfalls vielleicht sogar short vorbereiten weil wie gesagt ist dann halt auch wirklich nach unten wegschieben kann und ziel ist ja dass wir mit dem markt handeln dass uns das egal ist wir wollen uns muss egal sein steigt er oder fällt er wir sind unvoreingenommen richten uns nach dem was kommt um dann eben darauf potenzieren wir haben gestern das auch ausführlich noch mal erklärt verschiedene szenarien aufstellen nur dann handeln wenn wir sehen er läuft im szenario absichern ab dem moment wo wir merken er springt raus dass man dann auch den verlust kurz hält und nicht monatelang aussetzt ja und so tag für tag einfach mitschwimmt und für den dienstag hätte ich jetzt wie gesagt ist mir das unheimlich wichtig was macht er über der 400 das das ist für mich das entscheidende jetzt dafür wird sich wahrscheinlich der rest der woche daran ausrichten weil wir kennen das aus den letzten wochen diese diensttage die noch mal ein neues hoch gesetzt haben und dann abgeschmiert sind und dann ging der mittwoch bis freitag nach unten raus und das wäre hier jetzt gefährlich weil wenn er jetzt hier abschmiert und mittwoch bis freitag raus macht dann kriegt man also dann auch diese woche noch mal neue jahrstipps ja also ja das ist so ja kriegt er das aber gut hin über der 400 und der 450 und erstellt sich drüber dann kriegt er ein gutes fenster das vielleicht auch bis zum mittwoch erstmal zumindest zu verlängern kann ja immer noch freitag donnerstag pause machen aber ja dann hätte eine gute gute chancen hier höher zu kommen auch noch mal wieder die 600 665 reinzustechen also ganz 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 wichtig was passiert hier oben sollte er vorzeitig aber auch abbrechen und unter 200 zurückfallen ähm dann abwärtstrend först im zweifel ja dann lieber einen schritt erstmal wieder zurück machen weil das braucht die höheren hoch um den abwärtstrend zu kippen ja also das hier was man gerade erzählt hat und diese diese abwärtstrend zu kippen muss er halt nach oben macht er das nicht geht nach unten bricht und dann 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 ist das auch für die karts dann hier ne dann ist das ein versuchter konter gewesen der dann nicht gelingt und dann wird er wieder abgestraft und nach unten verprügelt ja deswegen unter 200 würde ich eigentlich nicht sehen ähm würde mir dann eher nach unten wieder das fenster öffnen hier in diese lange grüne kätzchen bewegung rein zu gehen gut dann soll es das soweit sein ich wünsche euch viel erfolg gutes gelegen wir uns morgen wieder tschüss